Hi und guten Morgen, ich bin Akuman, das ist Minecraft und ja, es ist wieder einer der besten Tage der Woche. Es ist nämlich Samstag und deswegen heiße ich dich heute umso mehr speziell willkommen hier bei mir. Gut, was haben wir gemacht? Wir haben gestern ein bisschen noch hier rumgebaut an der Küche. Die sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Hier fehlt noch so ein Schrank. Mhm, mhm, aha. Dann würden wir ganz kurz fabrizieren. So, ähm, lass mal gucken. Machen wir das so. So, sehr schön. Hier kann man sogar einige Schränke draus machen, so wie es ausschaut. Nochmal, 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 nochmal. So, da haben wir noch 15 Stück hier und... Irgendwie ist das komisch hier. Vielleicht muss ich das hier nicht mehr automatisch haben, hm? Je nachdem. So. So haben wir hier dann vielleicht so ein bisschen Aussicht. Nicht schlecht. Aber, ich muss sagen, so im Großen und Ganzen ist es schon ziemlich wohnlich. Hier kommen wir hoch. Hier können wir dann so vielleicht noch ein paar Dinge hinstellen. So Gerätekammer, etc. Kleine Schlafzimmerchen hier. Das hier könnten wir eigentlich zu machen. Und unten, habe ich jetzt gerade gedacht, hinter der Küche so ein versteckten Eingang. Und vielleicht dann Redstone-mäßig mal gucken. Und wie schaut es denn aus heute? Wie ist das Wetter? Hm? Ja, ja, ja. Ist gar nicht schlecht. Hier haben wir begonnen mit dem Dach. Das ist auch gut. Finde ich sehr gut sogar. Nice. Und heute, gehen wir da nach hinten. Da, da. Ich brauche Kirschbaumzeug, Zeppelings, hin und her. Ich frage mich einfach schon wieder. Schlafsack, genauer Sleep. Was ist denn das hier? Wooltrap. Das mache ich auch aus drei Wolle. Das ist ein sehr teurer Schlafsack. Und der hier ist halt... Da brauche ich das hier. Da kann ich die Strings machen. Irgendwie aus Silk Fiber. Wo bekomme ich denn Silk Fiber, bitte? Aha. Eine Katze? Nee, das können wir nicht machen. Ich kill keine Katzen. Kannst du vergessen. Der Grinder würde mir auch Schnüre geben. Vier pro Wolle, hm? Das heißt, wenn ich jetzt eigentlich... Vier... Wenn ich jetzt eigentlich vier... Vier... Vier Wolle hätte. Dann... Können wir das eigentlich so irgendwie realisieren. Mhm. Der... Der stimmt zu. Wie immer. Finde ich sehr schön. Gut, da haben wir hier die Pickaxe. Das ist gut. Den haben wir... Das brauchen wir eigentlich nicht. Eine Schere können wir noch machen. Gold, Iron... Ey, der... Das ist jetzt mir hier im Nacken, oder was? Okay, ja. Gut. Mining. Stone Excavator. Das ist viel Erde, gell? Was haben wir hier? Wir haben wirklich kein Cherry Tree. Nix. Sherry, Sherry. Nix, Sherry Lady. Red Spruce Sapling. Nee, das ist auch nicht das. Komm, ich wünschte es mir... Gerade kurz Nacht. So, was haben wir denn hier? Lass noch mal gucken. Quest, 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 Quest. Type, Unclaimed Rewards. Apply the Logistics. Ah, hier haben wir einfach... Das Status Quartz haben wir. Das ist einfach den Fluix-Kristall herzustellen, okay? Ja, hier machen wir dann schon bald mal weiter. You know, Physics stuff. Aha. Oh, Sieben Interpellen. Was muss ich machen? Quantum Entangled Singularity. Ja, das ist ja ein Kinderspiel. Genau. Gut. Also. Ich dachte, es wird Nacht, sonst kommen weißt du was. Ich nehme einfach das Bett mit. Mal flitzen hier durch den Garten. Hier hinten müssen wir wieder anpflanzen, so wie es ausschaut. Aber den Teich möchte ich dann gerne noch haben. Wo Brot. Hier. Sherry Loks. Hier sind wir doch bei den Sherry Loks. Ja, das wird schon gut hier. Wir müssen hier aber ein bisschen einfach so ein bisschen... Hier ein bisschen da. Nicht Kalfchlag an einer Stelle. Und dann hat es da keine Sherry Tees mehr. Das wäre wirklich schade für die Landschaft. Und die gibt es uns hier auch ein bisschen. Ein bisschen natürlich. Nicht nur, aber auch. Hier wird es wieder normal. Hier ist die Schluchten. So, jetzt müssen wir hier einfach kurz warten. Habe ich den jetzt weggenommen? Der war hier. Wir gucken nicht, dass da die... die bösen, toten Männer wieder aus dem... aus dem Gehüll rauskommen. Ne, läuft. Läuft. Alles läuft. Samstagmorgen. 7.35. Das machen wir hier hin. Dann haben wir hier noch einen kleinen Baum. Komm, wie der ist mir zu nah am Abgrund. Die sind auch geil, finde ich. Die gefallen mir. Was sind das echt für Tiere hier? Die grünen Punkte um mich herum. Könnten das Schafe sein? Aber ihr gebt schon saplings ab. Hm? Bitte? Bitte. Hä? Gut. Stick, ist das okay? Ich bin nervös. Ah, das sind Hunde. Wolfis. Nice. Gut. Hammer. Oh. Ein Hammer. Ich will nicht, dass da die Zombies kommen. Das wäre mir jetzt schon ein bisschen unangenehm. Hi. Dann hier einen rosa Baum vielleicht noch mitnehmen. Freeze. Sehr schön. Aber vielleicht zwei. Zwei rosa Bäume mitnehmen. Auch eine Idee. Nimm zwei heißt es ja schon. Wird einmal das Kind schon auf dem Weg mitgegeben. Auch gibt es das überhaupt noch heute. Ich weiß es gar nicht. Aber es ist eigentlich auch doof, dass man Bonbons macht, wo anscheinend Vitamine drin sind. Und dann muss man da zwei nehmen, damit man genug gesundes Zeug hat. Hier, guck mal. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dann habe ich hier eine Gruppierung weißer Kirschbäume. Welche definitiv zu nah aufeinander ist. Aha. Da sieht man sogar die Blumen und alles da auf der Map. Sehr interessant. Auch du kommst mit. Gefällt mir auch. Bist mir sympathisch. Ich sehe nur Wollfies, aber keine Schafies. Schafies wäre wirklich mal noch geil, damit wir, ähm, Eben, damit wir Eben den Schlafsack machen können. Das ist wieder herrlich. Leute, 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 Leute. Wie viel von denen haben wir denn? 40. Das sind 160. Genügt denn das ein bisschen fürs Dach? Ich glaube nicht. Komm, du kannst das hier auch mal zeppeln. Komm, rosa Zeppeln. Machst du nicht, ja? Naja. Oh. Dieser scheiß Händler echt. Dacht jetzt schon, es geht hier wieder ab. So. Das Problem ist wirklich, wenn die so wenig Zeppelns abgeben, wie soll ich denn, wie soll ich denn das zu Hause reproduzieren? Das geht doch gar nicht. Oder? Also, wisst ihr, weil... Es ist ja nicht einfach. Vor allem die rosenen. Die sind eh selten, ne? Wenn ich sie so rumgucke. Hier ist er. Zeig mal. Was haben wir sonst noch hier? Hier geht's runter. Und sympathisch? Machen wir nicht. Hallo. Und hier gibt es noch Rosenbüsche. Schöne, große Rosenbüsche. Die werden auch geil noch für den Weg. Die hier. Und der hier. Muss ich nicht, dass es auch in groß gibt. Zeig mal her. Wie haben wir es denn hier, bitte, meine Damen und Herren? Sieben Minuten noch, dann haben wir 20 Minuten. Sehr schön. Wir sind auf Kurs. Zeig mal her. Gib mal her den Lachs. Ja, das wird dauern, habe ich das Gefühl. Aha. Sieppling, sieppling, sieppling. Ah, hier ist sieppling. Nice. Ah, noch mehr Zeigling, da. Bam. Sehr schön. Flitzen wir hier noch ein bisschen im Feld rum. Haufen auf gutes Gedießborne der Bäume, dass sie großzügig sein mögen mit uns. Ah, da ist noch einer. Komm. Zack. Oh, nee. Warte, nicht runter. Ja. 63, 5, 4. Also was, mir genügt das für heute. Mir genügt das sehr gut für heute. So kommen wir nämlich auch noch heim. Schön. Und wie ist das jetzt, wenn ich sie zum Baum pflanze hier? Ist es dann auch weiß herum? Mal gucken. Excusez-moi. Excusez-moi, lieber Zuschauer. Gut. Dann gehen wir hier zur Kiste. Schmeißen das mal rein. Das, 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 das. Und das auch. Das auch. Weed können wir hier lassen. Das Bett stellen wir wieder auf hier. Sehr schön. Und dann haben wir noch ein paar Minuten Zeit, um zu gucken, was man mit diesen Loks machen kann. 64. Gucke mal. Aber wenn das kein schönes Dach gibt. Das war einer zu viel hier. Gut. Gut, muss ich nachher weg machen. Und der würde jetzt nach hinten gehen wieder. Jetzt kann man natürlich sagen, wir machen hier dennoch, obwohl es nach hinten geht. Also die Mauer zurückgesetzt ist, meine ich jetzt. Mir so. Dass wir sagen, wir machen hier dennoch ein kleines Giebeldächchen. Das wäre gut, das wäre gut, das wäre gut. Und ich glaube, auch das Holz ist ziemlich passend für das, was wir hier machen. Ja, ich zeige mal. Machen wir Slapis. Und die Slaps, die müssen wir nämlich auf der einen Seite da haben. Und hier. Und hier. Und hier auch nochmal. Kunstspringen nennt sich das. Und hier auch noch ein kleines Giebeldächchen. Aber, ach Mensch. So, geh mal ins Bett. Spannend. Spannend, 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 spannend. Schön. schon. Ja. 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 es konzentriert sich ein kuhmann das ist eine seltene selten gesehene situation in der natur so eins zu viel wieder verklickt da kommt noch mal noch mal ja 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 ich bin der kunst bringer vielleicht machen wir es hier auch einfach nur so müssen wir noch gucken dass ich mir das hier sparen können gern gut aber das sieht schon nach dach aus es erstaunt mich jetzt machen wir hier mit denen man fällt sich von denen so auch noch täte hier Nee. Nehmen wir die hier kurz mit. So, was haben wir? 23. Es ist eigentlich wieder Zeit aufzuhören, meine Lieben. Was dem nicht langweilig wird, wenn der immer alles sagen muss. Geil. Schaut echt geil aus, das Dach. Schaut echt geil aus, das Dach. 7. 7. Schön. haben wir jetzt mal umgekehrt wenn ich dich jetzt nehmen hier können wir dann auch mal so ein längs machen so eine stufe zack 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 ist geil aber muss sagen macht macht das hier das dach fehler naja gut merzen wir in der nächsten folge aus wer hätte es gedacht das sind ja sechs und nicht fünf von dem hier ist passend das wäre richtig gehen wir jetzt hier vorne einfach noch einst mehr mit den slabs raus oder was machen wir genau das finden wir raus in der nächsten folge hier bei mir kumann das place und minecraft ich würde sagen schönen samstag noch und bis wir haben morgen früh oder so bis dann tschüss abonnieren liken kommentieren danke tschüss